Moin moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen hier bei euren Ruppert-Gamern. Ich habe heute am Start den Toruk, der in seinem Hetzer unterwegs ist. Und ich spiele dann Lair. Darfst ruhig auch was sagen. Wir versuchen das dann jetzt mal, uns hier nicht wieder voll in den Arsch kneifen zu lassen. Wie so viele Runden zuvor auch. Weil die Balance bei dem Spiel ganz großartig ist. Absolut großartig. Ja, ganz großes Kino. Ist das ein Eisenbahngeschütz hier auf unserer Seite oder was soll das sein? Das riesige Ding da hinten? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oben den ersten habe ich aufgeklärt. Ersten zwei. Ich quäle mich noch den Berg hoch, aber... Oh, oh, oh. Ja, ich sehe gerade. Gegen so Panzer 9, Tier 9 Panzer habe ich natürlich übelst geile Chancen. Hui. Ich glaube, du willst auch gar nicht den Berg hoch. Ja, ich bin es jetzt gleich. Ich bin es jetzt gleich. So, so. Denk dran, die haben... Stufe 6 Artillerie. Die können uns ganz böse Auer machen. Ja, da ist ein Stufe 7, der da vor dir steht. Ich werde mich jetzt mal hinter dieses Schloss hier packen. Ich kann es doch nicht tun. Das ist Denkmalgeschütz. Hallo. Hallo. Ich bin direkt hinter dir. Alter, bist du belönt? Ich muss nach hinten weghauen, ne? Müssen wir das nicht alle. Ich glaube, der kommt jetzt in eine Kurve, oder? Ne, er traut sich nicht. Ja, gut ist der. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nichts tun. Ich hätte höchstens so Fahne waschen können. Was ich mich frage, ist, warum der einzige Typ, der überhaupt was ausrichten kann, steht hier um der Ecke und... Hat ihm gut einen reingewichst, aber hat noch mehr Schaden selber gekriegt. Ja, komm, jetzt haben wir alle vor. Jetzt geht's los. Zack. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Der aus dem Strafraum. Wir haben sie nicht mal reingekratzt. Und das war's. Der Faller! Kanzerung nicht durchschlagen! Das ist doch nicht feierlich. Wir haben sie nicht mal reingekratzt. Ich schaue ab hier. Unser Team fühlt auch sehr gut. Hier zählen sich gerade. Ja. Wir sind schwer im Kommen. Was ich jetzt nur noch versuche, ist, deren Artillerie zu finden, um wegzurotzen. Möge die Macht mit dir sein. Mein junger Padawan. Wie, hier kommt man nicht durch? Nein. Da steht aber deren Artillerie. Nääääääää. Komm schon. Und? Arschloch. Und? Weiß ich nicht. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe ihn nicht mal reingekratzt. Wir haben sie voll erwischt. Was ist das denn? Wir haben sie. Glatter Durchschuss. Wenn der einmal fließt, ne? Der gehe ich durch. Wirkungstreffer. Was machst du denn da, ey? Kettewunden. Gegnerische Säure. Yes. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. USA. 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 Ich bin der einzig noch Lebende. Wuuu. Sie werden mich töten. Oh. Er ist was eingeschlagen. Ja, natürlich werden die mich töten. Die werden mich so töten. Jetzt haben sie Hass auf mich. Laufkleiner Mann, wie schnell du kannst. Uhuhu. Sie nehmen die Verfolgung auf. Ich merke es. Aber der ist langsamer als. Fahr zickzack, fahr zickzack. Ich fahre jetzt nach hinten und falle dem in den Rücken. Das Coole ist, dass du so scheiße schnell bist. Oh, da steht auch die Artillerie von der Frau auf. BAM! Haha, er hat's tot gerammt. Wir sind endlich draus hier! Habe ich den noch weggerammt, die Nutte? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses paarminütige Video von World of Tanks. Demnächst wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.